Hier ist Hartz-Ader-Fair mit Herrn Lassmann. Schönen guten Abend, herzlichen Dank und herzlich willkommen zu Hartz-Ader-Fair. Dankeschön. Wetter und Kampff, vielen Dank. Ja, ich sag dann auch mal, herzlich willkommen, liebe Lohndecken. Lohndecken, so hat die Bildzeitung die deutschen Arbeitnehmer genannt. Die haben nahezu die niedrigsten Lohnsteigerungen in der EU, dafür aber mit die höchsten Abgaben an den Staat. Und der Spiegel, der titelt heute, die Wohlstandslüge von der Unmöglichkeit, mit Arbeit reich zu werden. Tja, sollten sich die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften am Beispiel an den Luftfahrtpiloten nehmen? Wir haben schon ein flüssiges Gehalt.